Musik Moin Moin, liebe Werder-Fans. Freimarkt, Heimspiel am Wochenende. Was gibt es Schöneres? Und der SC Freiburg ist zu Gast. Eine Truppe mit Sicherheit immer noch mit ein bisschen Aufstiegseuphorie. Mit schnellen Spielern. Ich glaube, da müssen wir höllisch aufpassen im Umschaltspiel. Und natürlich auch immer ein Joker, Nils Pedersen, vor dem man immer auf der Hut sein muss. Ja, wir sind gewarnt, wir sind gewappnet, haben die ganze Woche darauf uns auch vorbereitet, aber wollen letztendlich natürlich auch unser Spiel so ein bisschen den Freiburgern aufzwängen. Es ist ein Heimspiel. Wir haben, glaube ich, die letzten Wochen gezeigt, dass wir ein bisschen stabiler sind, auch wenn wir jetzt einen kleinen Rückschlag gegen Leipzig bekommen haben. Deswegen sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, auch defensiv stabiler zu stehen und natürlich nach vorne unsere Chancen zu nutzen. Das Ziel wird natürlich sein, vielleicht ein bisschen mutiger noch aufzutreten als in Leipzig und dann die drei Punkte hier zu behalten. Ich glaube, mit euch im Rücken und mit uns in der Form der letzten Wochen, wenn wir das alles gemeinsam schaffen, dann steht, glaube ich, in einem schönen Werder- und Freimarkt-Wochenende nichts im Wege. Schöne Grüße, Finn. Für alle Matchday-Diaries und noch viel mehr abonniert diesen Kanal. Tschüss.